Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Champi. Das ist das Firegrove Champi. Dieses Mal ein bisschen alleine. So, hardcore alleine. Ich bitte hier gerne, den Chat zu machen. Eins der schnellsten Pferde hatte ich eigentlich. Oh Mann, ich hab meinen Teppich hier kaputt gemacht und deswegen kann ich grad nicht reiten. So. Nein, jetzt bin ich über dagegen geritten. Alter, ich hasse es, wenn du dann irgendwas in deinem Zimmer sitzt gerade noch so ganz gut und auf einmal machst du irgendwas, irgendwie so irgendwas mit dem Teppich oder so. Und dann auf einmal... Das heißt, es könnte grad grad ein bisschen laut gewesen sein, kurz an einer Stelle. Der ist ja voll auf uns gefallen. Hoffen wir, dass ich dieses Mal mindestens an dieser Stelle nicht verkacke. Offiziell. Ich hasse dieses Champi. Ist, glaub ich, jetzt offiziell, oder? Da gibt's nur 16 Plätze, oder ist es der letzte? Mein Pferd ist wirklich nicht gesprungen. Ich hab auf die Taste, habt ihr, das hört man ja bei mir, wenn ich zu sein darf. Und ich hab ja auf die Taste gedrückt, oder, Leute? Hallo, ich drücke! Alles klar? Rückwärts. Schnell, schnell, schnell. Komm schon. Oh, das war aber knapp, das war aber knapp. Geil. Ich bleib eh da hinten und komm wahrscheinlich mal mehr ins Ziel. Die erste ist schon im Ziel. Ich wollt grad sagen, die erste stimmt schon im Ziel, aber... Es hat gestimmt. Wenn man so schlecht wie ich ist, dann hat man ja auch... ...geil verkackt. Ich bin ja eigentlich gut, aber irgendwie heute ist nicht mein Tag. Ich hab ja noch keine Anzeige zu gehen und so gemacht, deswegen. Aber mindestens bin ich auf den 15. vorgerutscht, also. Na geil, und jetzt werde ich bestimmt wieder nach hinten verschoben, oder? Hoffentlich komm ich mindestens auf den 15. rein, wenn ich auf den 16. Vielleicht, mein letzter ist scheiße. Nicht böse gemeint, an die, die jetzt letzte ist. Aller, aller, allerletzter ist scheiße. Also ich hasse es zumindest. Wir werden nicht, wie das bei dem ist, der gerade letzter ist. Hab ich's noch reingepackt? Ich glaub schon gerade so, oder? Ich bin auf dem... Nicht auf dem letzten, okay. Aber am Anfang nicht mehr auf dem letzten. Ein Glückwunsch an 18. Camilla Westpie, an den 17. Sophia Wolf Cage, an den 16. Juni Oldfast, an den 15. Mich, an den 14. Christina Windfire, an den 13. Amelia Silverfire, an den 12. Bridget Spiderjord, an den 11. Alina Skywell, an den 10. Eva Flowerstone, an den 9. Bohilmar Masternose, an den 8. Julia Autumn Mountain, an den 7. Leila Almondjord, an den 6. Selina Fireforce, an den 5. Mina Winterway, an den 4. Rose Springfire, ein sehr herzlichen Glückwunsch an den 3. Platz, Sandy Trotterpack, an den 2. Platz, Cordner Windfire und einen sehr, 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 sehr herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, an den lieben ersten Platz, an die liebe Autumn Northfader. Ja, und hier, hier sind ja 1. Gleichpunkte, sind die, wo ins Ziel gekommen sind alle. Das heißt, der 16. hat nur 12 Flaggen gehabt, der 18. nur 5 und der 17. 9. Hab ich hier rausgefunden. Und hier an dieser Stelle beende ich dann auch die Folge und sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau!